Man sagte, du wärst schön und gut. Gut bei dieser Art von Arbeit zu sein, ist nicht sehr schön. Sie beobachten uns. Jetzt küss mich. Weißt du, wo du nach dem Krieg hingehst? Nach dem Krieg spielt es keine Rolle, wo ich bin. Wir haben einander gefunden. Komm mit mir nach London. Werde meine Frau. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Commander, unsere Agenten haben einen feindlichen Funkspruch entschlüsselt. Es geht um ihre Frau. Was wir ihnen jetzt sagen werden, fällt uns nicht leicht. Hey, was ist mit meinem Kuss? Allied. Vertraute Fremde. Ab 1. Dezember im Kino. Was machst du da? Ich stelle dich auf die Probe, so wie du mich. Vertrauen sie dir. Ich kann mich sehr gut verstellen, Max. Sie beobachten uns.